Hier haben wir den Latexhandschuh Grip. Der Grip ist aus starkem Latex gefertigt und puderfrei. Der Handschuh zeichnet sich durch eine tolle Passform aus. Er sitzt wie eine zweite Haut und ist so elastisch, dass sie jede Bewegung ihrer Hände mitmacht. Da rutscht nichts. In Sachen Tastgefühl und Fingerfertigkeit setzt der Grip Maßstäbe. Da könnte man fast vergessen, dass man einen Einweghandschuh trägt. Was die tägliche Arbeit enorm erleichtert, ist, dass der Latexhandschuh Grip texturierte Fingerspitzen hat. So haben sie auch bei rutschigen oder öligen Gegenständen einen festen, sicheren Griff. Der Rollrand ist sehr praktisch, da er bei erhobenen Händen Tropfen aufhängt. So bleibt ihr Arm länger trocken. Alle Latexhandschuhe von Franz Mensch sind hochwertig produziert und haben einen niedrigen Proteingehalt. Sie sind daher verträglicher als viele andere Latexhandschuhe. Der Latexhandschuh Grip ist ein besonders günstiger Kat 3 Schutzhandschuh und schützt ihre Hände zuverlässig vor Chemikalien und Lösungsmitteln. Er ist ein echtes Multitalent und kann sehr gut in den Bereichen Gastro, Lebensmittelindustrie, Krankenhaus, Labor oder Industrie eingesetzt werden. Wer lieber einen gepuderten Latexhandschuh möchte, der auch etwas günstiger ist als der puderfreie Grip, ist mit dem Latexhandschuh Skin gut beraten. Den Skin gibt es in Weiß und in Blau.